Du musst mir ja das Amulett bringen, ich kann es, ich habe einen Gips. Ja, wenn du meinst, Schatz. Hoffentlich schaffe ich es. Endlich bin ich hier. Wow, das ist aber schön, der Tresor. Ja, es ist gegangen, es war 1-4-4. Wow, das Amulett. Ich nehme es mit und zeige es Nikolaus. Gib mir das Amulett. Okay. Haha, ich habe dich betrogen. Du brauchst ja gar kein Gips. Ich habe dich betrogen. Das war's für heute.